Hi an alle. Wollte das ja einfach mal ausprobieren. Also ich finde es coooool. Die Synchronisation ist ja mal voll lustig. Zirkumflix. Zirkumflix, hä? Was ist mit schön Zirkumflix? Zirkumflix. So einen riesen Schwachsinn hab ich ja noch nie gehört. Falls ihr euch gerade denkt, welch komisches Zeugs ich schreibe, äh, 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 rede, mir ist einfach langweilig. Binde Strich, äh, ja, sollte eigentlich kein Strichpunkt sein, sondern ein Smiley, aber egal. Damit kann man eigentlich auch gleich Werbung für die eigenen Videos machen. Also geht bitte mal auf meinen Kanal und kommentiert was das Zeugs hält. Einen schönen Tag wünscht euch euer Asphaltjola01.